Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Jo. Ist dein Grossvater gestorben? Wieso? Bin er bunt angelegt? Selbst schon. Wieso hältst du eine Kerze? Ah. Lieber eine Kerze wie eine Kerze. Ja, aber gestorben. Der Dirk Bach ist gestorben. Weisst du, der im Dschungel kam? Ah ja. Gehst du an die Beerdigung von ihm? Ich? Ich soll zu dem an die Beerdigung gehen. Er kommt ja an meine auch nicht. Ach, Siach. Kannst du doch da nicht sagen. Du wärst doch besser in die Baumschule, du. Wieso? Wärst du wenigstens ein rechter Pfahl geworden. Könnt ihr etwas klarstellen? Mein Ziel war die oberstes Ziel Sekundarschule. Er hat einen Klapp getan und die Erre ist gekommen. Du bist dumm. Du saufst gerne zu viel, oder? Sicher saufst du viel. Darum bist du so. Sauf, sauf, sauf. Du. Was sagt der Arzt? Immer viel trinken. Was sagt der Zahnarzt? Immer gut spülen. Was sagt der Lehrer? Immer alles wiederholen. Wiederholen. Ich habe noch einen für dich. Karl und der Normal sitzen in einem Boot. Weisst du? Karl, der hat ihn überlebt. Noch mal. Karl, der und der Normal sitzen im Boot. Karl, der hat den überlebt. Noch mal. Karl, der, normal sitzen im Boot. Karl, der ist überlebt. Noch mal. Noch mal, noch mal. Noch mal, noch mal. noch einmal.